Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir vor dir niederkniehen können. Und wir danken dir für die Wunder deiner wunderbaren Schöpfung. Dass unser Herz mit Staunen erfüllt für deine wunderbare, schöpferische Macht und Liebe. Bitte sei jetzt mit uns, wenn wir wieder dein Wort besprechen. Und wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Wenn ich herumreise zu verschiedenen Teilen in der Welt, da ist meine Botschaft an der Oberfläche gesehen eigentlich ziemlich grundlegend. Gott ist Liebe. Das ist eigentlich die Botschaft. Aber diese Botschaft ist sehr sorgfältig zusammengesetzt. Es muss alle Elemente der dreifachen Engelsbotschaft einbeziehen. Und diese Botschaft muss geankert sein im himmlischen Heiligtum. Und es muss ein ganz klares Fundament auf Vater und Sohn haben. Und dazu beigefügt muss auch noch die Sichtweise von 1888. Und während du all diese Dinge da jonglierst, du möchtest sie zusammenfügen, um damit zu sagen, Gott ist die Liebe. Und das ist das, was ich versuche zu tun. Seit den letzten 20 Jahren eigentlich. Und wenn ihr euch all diese Bücher auf dem Tisch anschaut, das ist wirklich viel Material, das man lesen kann. Ich möchte euch so jetzt so einen ungefähren Überblick darüber geben. Für diejenigen, die interessiert sind, wie wir diese Botschaft weitergeben. Vaterderliebe.de Ja, wir haben eine neue deutsche Webseite, die heißt Vaterderliebe.de Auf dieser Webseite haben wir sieben Bücher. Das erste Buch ist Identity Wars. Also im deutschen Identitätskrieg haben wir es übersetzt. Dieses Buch präsentiert uns, wo wir unseren Wert finden. Findest du deinen Wert darin, was du tust? Oder zu wem du gehörst? Wir haben darüber gesprochen. Sollten wir uns zum Beispiel selber sagen, dass wir uns selbst lieben? Sollten wir uns das sagen, dass wir uns lieben? Meine Antwort war, wenn ich weiß, dass mein Vater mich liebt, dann wird die andere Frage eigentlich irrelevant. Es ist nicht ich, dass ich meinen eigenen Wert bestimme. Also wenn ich in meinem Geist jetzt bestimme, dass ich würdig bin, geliebt zu werden. Aber mein Vater im Himmel hat das bereits definiert und festgestellt. Und ich glaube es einfach. Das ist eigentlich der zentrale Gedanke in diesem Buch. Als ich das zusammenfügen wollte, darf ich da mal sehen? Ah ja. Da wollte ich alle Elemente der Botschaft von 1888 nehmen. Und das ist eigentlich ein Krieg zwischen Gerechtigkeit durch Glauben und Gerechtigkeit durch Werke. Und ich wollte es eigentlich in eine einfache Fassung bringen, die auch der Laie und der einfache Mann versteht. Ohne irgendwelche technische Sprache da zu verwenden. Eigentlich präsentiert das die Botschaft von 1888. Und zwar in ganz einfachen Begriffen. Und das ist eigentlich das Buch, wo ich denke, dass die Leute damit anfangen sollten. Und das ist eigentlich auch das Fundament für alles andere, was ich geschrieben habe. Wenn die Menschen verstehen wollen, was ist die Beziehung zwischen Gott und seinem Sohn. Die Weisheit Gottes. Die Weisheit Gottes heißt dieses Buch. Das ist ein ganz einfaches Bibelstudium über die Beziehung zwischen Gott und seinem Sohn. Nein, nein. Nein, nein. Das haben wir schon lange. Wenn du es noch nicht gesehen hast, ist es vielleicht für dich neu. Aber du solltest es haben. Ich glaube, du hast es. Viele Leute, wenn sie das Thema aufbringen wollen über Vater und Sohn, dann tun sie das oft in dem Format einer Debatte oder einer Diskussion. Und sie argumentieren darüber, warum ist die Dreieinigkeit falsch. Wenn ich mit Menschen da draußen spreche, dann bin ich gar nicht so sehr interessiert an dieser Frage. Ich möchte eigentlich mehr wissen, warum sind der Vater und Sohn richtig. Und es ist hier präsentiert in einem beziehungsmäßigen Kontext. und es zeigt einfach die Liebe des Vaters zu seinem Sohn und die Liebe des Sohnes zu seinem Vater. Ich versuche nicht zu schreiben in einer argumentativen Art und Weise, um mit jemandem zu diskutieren oder zu kämpfen. Das ist wahrscheinlich besser als das, was ich gesagt habe. Ja, vielleicht. Also das ist, um den Vater und Sohn vorzustellen. Und das ist Bibel-only. Da ist auch nur Bibel drin, kein Geist der Weissagung. All of these are Bible-only. Die hier alle haben nur Bibel-Texte. Außer mein Geliebter, da sind einige Zitate vom Geist der Weissagung drin. Und einfach nur, weil das ein Teil meines persönlichen Zeugnisses ist. Und da erzähle ich darüber, dass ich diese Bücher gefunden habe und das haben sie zu mir gesprochen. Also das ist, wie wir Vater und Sohn vorstellen. Und da geht es um das, was für mich eine der größten Revolutionen ist, nämlich das göttliche Muster. Die Idee, dass die Quelle- und Kanalbeziehung zwischen Gott und seinem Sohn eigentlich ein Schlüssel ist, das die Geheimnisse der gesamten Schöpfung aufschließt, ich kann überhaupt nicht beschreiben, wie wichtig dieses Buch ist. Wenn du die Prinzipien dieses Buches nicht verstehst, und es ist wirklich nicht sehr dick, dann wirst du die gesamte theologische Basis dieser Botschaft nicht verstehen. Denn wenn ich den Vater und den Sohn ehren möchte, dann will ich seine Unterschrift, seine Signatur auf allem sehen. Alles, was ich schreibe, hat diese Signatur auf sich. Quelle und Kanal. Wenn ich über das göttliche Muster nachdenke, dann denke ich eigentlich an einen wunderbaren Motor von einem Rolls-Royce. Alles arbeitet perfekt zusammen. Deswegen haben wir das auch auf dieser Webseite, vaderderliebe.de. Das ist eigentlich das Buch, das ein bisschen untergeht in all den anderen Büchern. Aber es ist doch sehr wichtig. Für diejenigen, die interessiert sind an Mathematik und Physik, das sind eigentlich jetzt nur Zahlen und Buchstaben. Aber das ist eine sehr machtvolle Formel. Und das betrifft eine Menge in unserem Leben. Und so ähnlich ist auch das göttliche Muster des Lebens. Von da gehen wir jetzt zu dem Buch ursprüngliche Liebe. Das nimmt jetzt die Vater- und Sohn-Beziehung und bringt sie in die Beziehung zwischen Mann und Frau und offenbart die agape Liebe Gottes und zwar in der Beziehung und durch die Beziehung von Ehemann und Ehefrau. Das ist auch auf dieser Webseite. Und dieses Buch haben wir auch beigefügt, mein Geliebter, weil das ein Zeugnis ist, ein beziehungsbasiertes Zeugnis und da erkläre ich darum, warum ich den geborenen Sohn so liebe. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, die hinter diesem Buch steht. Die meisten Leute, wenn sie über Theologie diskutieren, dann basiert das meistens vollkommen nur auf Logik. Ob das jetzt gute Logik oder schlechte Logik ist, die Männer, die mögen es zu argumentieren und zu debattieren. Und wir denken eigentlich, unser Verständnis ist, auf diese Art und Weise können wir die Wahrheit herauskriegen. Das gesamte westliche Prinzip darüber, wie man Wahrheit definiert, und das basiert auf gegensätzlichen Kräften, die zusammenkommen. Und dieses Prinzip wurde teilweise auch aufgebracht durch diesen deutschen Philosophen Hegel. Aber die im Osten hatten die gleiche Philosophie, und zwar in Yin und Yang. Durch eine bestimmte Art von Konflikt kommt Wahrheit hervor. Aber das göttliche Muster zerstört alle diese Philosophien. Der Mensch sagt, das sind zwei gleiche Prinzipien. Die sind auf der gleichen Ebene. Und in ihrem Prozess gegeneinander dann kommt die Synthese. Sehr gut. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu stressen. Aber im göttlichen Muster gibt es die Quelle und den Kanal. Und hier gibt es keine Spannung. Da ist kein Bedürfnis da für einen Konflikt. Und in meinen Anstrengungen, diese Botschaft zu präsentieren, In dieser Botschaft vermeide ich auf jede mögliche Weise Konflikte und Argumentationen. Der Geist des Debattierens ist nicht der Geist der dreifachen Engelsbotschaft. Und der Geist der Weissagung sagt das. In dem Buch Mein Geliebter im Jahr 2012 da habe ich darüber nachgedacht, ein Buch über die Dreieinigkeit zu schreiben. Und an einem Sabbat dann habe ich über einen wunderbaren See geschaut und ich habe darüber gebetet. Und ich habe so einen Eindruck in meinem Geist gehabt, sag ihnen einfach, warum du mich liebst. Komm nicht in eine Argumentation. Deswegen habe ich dann das Buch Mein Geliebter geschrieben. Dieses Buch ist absichtlich auf Beziehungen aufgebaut. Und diese Art von Schreiben frustriert manche Leute. Weil ich das mitteile, was mir im Herzen ist. Und ich werde regelmäßig angeklagt von meinen Feinden, dass ich zu sehr beeinflusst bin von Emotionen. Wie zum Beispiel ausgedrückt wurde, du bist einfach zu sensitiv. Und als ich noch Wenn ich debattiere, dann habe ich das Gefühl, das macht dich insensitiv. So, dann hast du überhaupt kein Gefühl. Dann musst du dir denken, lebe ich eigentlich? In meiner Erfahrung, als ich aufgewachsen bin, dann habe ich Männer gesehen, die die Wahrheit des Adventismus präsentiert haben. Mit klarer, schneidender Logik. Dann sind sie heimgegangen und haben ihre Frau und ihre Kinder angeschrien. Das ist Müll. Das ist vollkommene Heuchelerei. Diese Botschaft zu predigen mit Logik und Argumentation und dann vollkommen entgegengesetzt dieser Botschaft zu leben. Ich habe mir vorgenommen in meinem Geist, dass wenn ich das präsentiere oder vorstelle, dass es immer eine Kombination sein wird von Vernunft und Emotion. Dass die beiden zusammen sind. Wie ich in dem Buch das göttliche Muster des Lebens beschrieben habe, sind wir beide. Wir sind rationelle, aber auch emotionale Wesen. Und eigentlich sind wir oft in einem beständigen Kampf darüber, ob wir jetzt geleitet werden von unserer Vernunft oder von unserem Gefühl. die griechische stoische Mentalität da geht es darum, das Gefühl und die Emotion auszuschalten und allein durch die Logik zu leben. Und ich habe das Gefühl, dass besonders die Männer das leichter finden, so zu leben, damit sie ihre Gefühle verbergen können. Obwohl sie oft durch ihre Gefühle beherrscht werden. Aber sie haben die Kapazität, das zu verbergen. Und das heißt eigentlich, dass man eine Lüge lebt. Als ich meinen Geliebter geschrieben habe, da kam einer meiner Freunde zu mir, nachdem er es gelesen hat, es hat mich dazu gebracht, mich zu fühlen. Es kommt mir vor, als hast du mich komplett nackt geschrieben. Und zwar deshalb, weil ich mitgeteilt habe, was in meinem Herzen ist. Ich habe meine Kämpfe den anderen mitgeteilt. Und nicht nur diese ganze Logik und diese ganze Vernunft. Und ich habe das absichtlich gemacht. Weil das ist ein Aspekt meines Protestantismus. die versuchen, ihre Gefühle zu kontrollieren und keine Gefühle zu haben. Okay. Das ist mein Kampf gegen Menschen, die... Ja, was habe ich gesagt? Das ist mein Protest gegen Menschen, die versuchen, alle ihre Emotionen zu verhindern. Das ist mein Protest gegen die Männer, die versuchen, mit Logik und Argument ihre gesamten Gefühle zu unterdrücken und unter die Füße zu treten. Ich erinnere mich daran, dass ich mit meinem Vater einmal gesprochen habe. Das war eine sehr offenbarende Diskussion. Er hat mir gesagt, dass niemals in seinem ganzen Leben ihm seine Eltern gesagt haben, dass sie ihn lieben. Und dann hat er mir ein Ereignis erzählt, das passierte, als er 17 Jahre alt war. Also die ganze Familie war an so einem Art Ball, ein sehr formelles Ereignis, wo es dann auch Tanz gab. Sie waren zu dieser Zeit keine Adventisten. Und meine Tanten, die haben mit der Oma getanzt. Und mein Vater wollte dann mit seiner Mutter tanzen. Aber weil er nicht so gut auf seinen Füßen war, hat sie ihn weggestoßen. Und das hat ihn zerstört. Und er hat mir gesagt, dass er von diesem Punkt an hat er versucht, sich zu beschützen. Und er hat mir gesagt, von diesem Punkt an hat er so gelebt, dass er versucht hat, sich zu beschützen. Und er hat noch ein anderes Ereignis erzählt. Da hat er einem anderen Jungen ist er gefolgt, der älter war als er. Und er hat sich sicher gefühlt, wenn er mit diesem etwas älteren Jungen zusammen war. Und einmal ist er ihm nachgegangen zu irgendeinem Treffen. Und dann hat dieser Junge sich rumgetreten und hat zu ihm gesagt, wirst du endlich mal aus meinem Leben verschwinden? Es hat ihn so sehr schockiert. Und es hat seine ganze Persönlichkeit vollkommen verändert. Er wurde ganz still und eher nachdenklich. Er hat sich vollkommen verändert. Ach, das war er vorher, bevor er war es. Ja, okay. Er wurde dann dominant und laut. Und deswegen bin ich so laut. Ich hatte einen lauten Vater. Aber das ist nicht immer schlecht. Aber ich habe gesehen, dass er keine Risiken eingehen wollte auf emotionaler Basis. Und es ist mir klar geworden, wie ich das bei vielen anderen Männern auch gesehen habe, dass die Männer sich gern präsentieren als stark und einfach tough. Aber eigentlich sind sie emotionell oft sehr schwach. Sie sind ängstlich. Ich habe gesagt, ich kann so nicht leben. Ich muss mit einer Verletzlichkeit leben. Das ist so, wie ich bin. Aber der einzige Grund, warum ich so leben konnte, das war wegen diesem Ereignis, das ich euch beschreibe. Ja, das habe ich euch schon beschrieben, wo ich glaube, dass mein Vater im Himmel mich liebt. Das hat mir dann erst den Mut gegeben, ein offenes Leben zu führen. Um ein Risiko einzugehen mit Leuten. Und dass ich auch wissen, weiß, ich kann verletzt werden. Das ist nicht immer leicht. Und es ist immer noch ein Ideal. Es gibt immer noch Zeiten, wo ich eigentlich kein Risiko eingehen möchte. Und das Leben ist ein konstanter Prozess von assessen andere Menschen. Ja, dass du andere Leute eigentlich beurteilst und sie auscheckst. Und dann denkst du nach, kann ich mich diesem Menschen eigentlich wirklich offenbaren? Kann ich ihm vertrauen? Darum geht es eigentlich oft im Leben. Und wenn wir jemandem vertrauen und sie dann dieses Vertrauen missbrauchen, dann fühlst du dich nicht so, als wenn du das nochmal tun möchtest. Und deswegen leben viele Menschen ein Leben des Schweigens. Und sie beobachten eigentlich, wie die Welt an ihnen vorbeizieht. Aber so möchte ich nicht leben. Ich weiß, es ist ein weltliches Lied, aber da ist auch eine Menge Wahrheit drin. Im Englischen heißt es die Rose. Habt ihr dieses Lied schon mal gehört, die Rose? Jetzt weiß ich noch nicht mal den Text. Eigentlich geht es darum, wenn du das für dich selbst behältst, dann lebst du gar nicht wirklich. Aber nochmal sage ich, es ist eigentlich nur die Liebe meines Vaters, die mir den Mut gibt, so zu leben und so aus mir heraus zu gehen. Du musst dir selber die Frage stellen. Warum reist du durch die Welt? Warum schreibst du all diese Bücher? Warum machst du das? Wem bringt das was? Es spielt auch keine Rolle, was andere denken. Ich weiß, dass mein Vater mich liebt und das möchte ich einfach nur jedem sagen. Und wenn die Menschen das nicht mögen, dann ist es okay. Es verletzt mich, aber die Liebe ist größer als die Ablehnung, die ich von anderen erfahre. Also wenn du mein Geliebter liest, dann mag es sein, dass es ein bisschen ist. Es ist ein bisschen zu sentimental. Ich habe da viele Texte rausgenommen oder Passagen aus dem Hohelied des Salomo. Und es scheint eigentlich ein bisschen merkwürdig zu sein für einen Mann mit so einer sentimentalen Sprache zu sprechen. Aber das ist eigentlich ein Teil meiner Bestimmtheit oder meiner Entschlossenheit, diese Maskulinität zu verändern. Das war jetzt ein bisschen ein Umweg. Das nächste Buch ist die Frage des Lebens. In diesem Buch habe ich versucht, all die Hauptlehren des adventistischen Glaubens darzulegen und zwar in einem Zusammenhang, in einem beziehungsmäßigen Zusammenhang. Für mich persönlich, wenn das, was ich glaube meine Familie nicht verändert, dann hat es keinen Wert. Warum glaubst du irgendwas, was keinen Einfluss auf deine Familie hat? Wenn es dich nicht mehr nicht zu einer liebevolleren und mehr liebenden Person macht, dass seine Familie liebt, warum glaubst du es denn dann? Und so ich habe versucht, hier zu zeigen, warum die Adventbotschaft, auch all das, was mit den 2300 Jahren zu tun hat, dass deine Familie stärker machen kann. und vielleicht der Titel sieht vielleicht aus, als sei es ein langweiliges Buch. Aber ich glaube, es war Bruder Goetz, der sagte, was er gesagt hat? Er sagte, was du auf der Seite ist nichts über was dieses Buch ist. ein Bruder aus Deutschland hat gesagt, was du hinten in dieser Zusammenfassung geschrieben hast, das sagt überhaupt nichts aus über das, was wirklich in dem Buch drinsteht. So habe ich gesagt, dann mach du mal die Zusammenfassung. Und das hat er jetzt gemacht und es ist viel besser als das, was ich geschrieben hatte. Das ist ein Versuch, das vorzustellen, was meine Vorstellung von Adventismus ist. Von einem Verständnis über Gerechtigkeit durch Glauben in einem beziehungsmäßigen Kontext oder Zusammenhang. Schließlich das Buch Agape. wenn ich über das Material in diesem Buch nachdenke und wenn ich abends ins Bett gehe, dann gehe ich ins Bett und lächle. Dieses Buch hat mir so viel Freude gegeben. Es ist der Höhepunkt einer Reise, um meinen Vater zu finden und zu wissen, wie er wirklich ist. Und ich bete darum, dass das Buch der Beginn ist, der Anfang. Der Beginn von diesem Stein, der das Bild zertrümmern wird. Das so sehr mein Geist aufgeregt hat. Nach zwölf Jahren, die ich ausgebildet worden bin in der westlichen Kultur in einer adventistischen Schule das gesamte griechische philosophische System hat mein Gehirn so beschädigt und es ist ein Wunder, dass ich dem überhaupt entkommen konnte. Aber ich erinnere mich vor ein paar Jahren, als ich das Kloster angeschaut habe, in dem Martin Luther gelebt hat. Ich habe mich gefragt, wie konnte er dem entkommen, von diesem lächerlichen System. Und dann war mir klar, dass ich eigentlich auch in einem Kloster gewesen bin und dass mein Geist vollkommen eingeschlossen war mit einem verrückten Creed zu einem mystischen Gott, der die Leute in der Hölle verbrennt. Dem zu entkommen und doch noch eine völlige Zuversicht in die Bibel zu haben. und in die Grundlagen des Adventismus das ist etwas, was mir unglaubliche Freude bringt. Und ich hoffe, dass diese Freude, die ich fühle, dass das wie Samen ist, die überall in der Welt gepflanzt werden. Und die Menschen vorzubereiten, dass sie das Siegel Gottes empfangen. Das sind die sieben Bücher. Es ist mein Plan in Australien, dass die alle auch in ein Audio-Format kommen. Und wir möchten mit diesem Buch anfangen, von Tür zu Tür zu gehen. mit einer Umfrage. Und wir versuchen mit den Menschen zu sprechen, an der Tür, über das Thema von häuslicher Gewalt. Und wie wir als eine Gesellschaft unsere Kultur der Gewalt verändern können. Ich selbst möchte auch von Tür zu Tür gehen. Das ist weil ich so aufgeregt bin von dieser Botschaft. Es wird uns gesagt, dass das Bücherwerk sehr wichtig ist. Es geht aber auch darum, dass ich meinen Urgroßvater ehre. Es ist der Urgroßvater meiner Frau. Sein Name war Fairley Masters. Er war derjenige, der den Engel über Ellen Weights Zelt gesehen hat. Er war einer der ersten Buch-Evangelisten in Australien. Er hat den großen Konflikt überall verkauft. und etwas von seinen Anstrengungen möchte ich erben. Wenn ihr Leute für diese Botschaft interessieren wollt, das sind die sieben Bücher, die ich empfehlen würde. Und die findet ihr auf dieser Website. Wir haben alle diese sieben Bücher auch in Deutsch und natürlich in Englisch, Spanisch, Bulgarisch und es kommen hoffentlich noch mehr. Es kommt. Juri hat 12 Bücher übersetzt und rausgebracht. Und immer noch hat er das Gefühl er geht zu langsam voran. Das ist ein verrückter Pfad. So die Botschaft ist gekommen. Als ich mit dieser Botschaft angefangen habe, nachdem mir klar geworden ist, dass die Dreieinigkeit vollkommen falsch ist und dass das die gesamte adventistische Theologie beeinflusst hat, dass wenn eine Bewegung aufkommen würde, dass das eine starke intellektuelle Basis haben muss. Es muss systematisch sein und es muss auch zu dem Geist sprechen. 1844 1888 und es muss all diese Prinzipien von 1844 und 1888 zufrieden stellen. Es war mir klar, dass wir einige Bücher schreiben mussten, um die intellektuelle Maschine für eine solche Bewegung bereitzustellen. Wenn es ernsthaft darum gehen würde, die dritte Engelsbotschaft korrekt zu predigen, als ich das erste Mal die Wahrheit über Vater und Sohn angenommen habe, sind die Leute sofort zu mir gekommen und gesagt, bitte taufe mich. Ich habe gesagt, du kommst zu mir, ein Mann, der Baal anbetet und du bittest mich, dich zu taufen. Wenn ich falsch in der Dreieinigkeit bin, dann ist alles falsch. und alles muss neu aufgebaut werden. Stein auf Stein ich musste alles neu aufziehen und ich musste Stück für Stück aufbauen, um alle Teile korrekt zusammen zu setzen. Ich wollte sicher sein, nachdem ich mehr als 100 Leute in diesen falschen Gott hineingetauft hatte, dass ich das niemals noch einmal tue, dass ich ganz sicher über dieses Fundament bin und dass ich alles, was in meiner Macht steht, tue, um niemals falsche Lehren an den Leuten zu bringen. Weil ich sehr stark meine Rechenschaftspflicht Gott gegenüber erkenne, um die Leute nicht falsch zu leiten. Und deswegen wollte ich dieses Fundament ganz sicher setzen. Und ich bin immer wieder darüber gegangen. Kann ich darauf stehen? Wird es mein Gewicht halten? Es war ein unglaublicher Kampf für mich, dass ich mit Leuten, die mit mir einmal zusammen gearbeitet haben, dass ich ihnen sagen musste, dass ich jetzt an die Feste glaube. Das war für mich ein ganz großer Kampf. Aber ich habe das geprüft und getestet auf vielen verschiedenen Ebenen. Ich habe von verschiedenen Standpunkten habe ich mir das angeschaut. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass mein Gewicht auf dieser Lehre stehen kann. Obwohl mir klar war, dass fast alle Gruppen, die die Feste halten, die ich kannte, sich nicht basieren auf der Botschaft von 1888. Ich bin das Risiko eingegangen, dass viele vielleicht über mich denken würden, jetzt hat er den Verstand verloren. Als ich die Feste angenommen habe, das war viel schwieriger als den Charakter Gottes anzunehmen. Aber als ich alles zusammengesetzt habe, war es doch ein sehr wichtiger Punkt von diesem ganzen Gebäude, um sicher zu stellen, dass wir in der Sabbat-Wahrheit verankert sind. Mit einem korrekten Verständnis von Gerechtigkeit durch Glauben. Und ich weiß, ich wusste, es wird einige Zeit dauern, das jedem zu erklären. Und wieder habe ich viele Freunde verloren. Aber ich war zuversichtlich, dass der Anker hält in dieser Wahrheit. und bin sehr dankbar für diejenigen, die das nicht angenommen haben, das, was wir lehren. Mein geliebter Übersetzer in Frankreich, Er hat gesagt, Adrian, ich versuche mit dir mitzuhalten. Und gerade immer, wenn ich fertig bin und habe eine Klippe erklommen, dann bist du schon wieder drei Teile weiter und bist schon wieder auf dem nächsten Felsen. Und gesagt, ja, es tut mir leid. Aber wenn ich oben auf der Spitze bin, dann weißt du, warum ich so schnell gelaufen bin. Und ich bitte dich einfach, bete für mich. Es ist mir klar, diesen Pfad zu gehen, dass es viele Menschen dazu bringen wird, sich von mir abzuwenden. Ich musste aber alle Teile zusammen bringen, damit man das ganze Bild sehen kann. Und deswegen sprechen wir über das Pentagon der Lügen. Bevor ich nicht alle Teile zusammen bringen konnte, dann hat es nicht ganz zusammen gepasst. Wir haben darüber gesprochen in unserem Bibeltrainingsprogramm über die fünf Schlüsselkomponenten des Pentagons der Lügen. Unsterblichkei der Seele. Und das andere ist die Sonntagsheiligung. In großen Kampf Nummer 587 durch durch die zwei großen Irrtümer über die Unsterblichkeit der Seele und die Sonntagsheiligung wird Satan die Leute unter seine Falschheit bringen. Als ein junger Prediger habe ich diese Passage gelesen. Was bedeutet das? Wie können diese zwei Lehren die Menschen in Satans betrügerisches System hineinbringen? Es reicht nicht, dass man einfach glaubt, dass es so geschehen wird. Du musst auch wissen, warum. Warum sind diese zwei Lehren das Fundament dieses ganzen Systems des Spiritualismus? Und wie sie sagt im großen Kampf Seite 562 Es ist durch die Lüge die Satan Eva erzählte Du wirst sicherlich nicht sterben dass es Satan möglich war sein Meisterstück der Verführung aufzubringen Warum ist das so? Das habe ich alles versucht zusammen zu setzen Und das ist das Produkt dieses Studiums Das heißt im Englischen einfach das Leben zählt Wenn Satan sagt du wirst sicherlich nicht sterben dann sagt er zu dir du hast Leben in dir selbst obwohl unser Leben doch von Gott kommt wenn du weißt woher dein Leben kommt es ist sehr wichtig dass du das weißt das Leben zählt das ist die Essenz dieses Buches um all diese Stücke zusammen zu setzen warum die Sonntagsheiligung es hat erst mal fand ich das unlogisch es ist doch eigentlich nur ein Tag gegen den anderen eigentlich nur so ein Label das ich trage dass ich ein Sabbath Halter bin aber was für einen Unterschied macht es denn ich konnte das nicht verstehen bevor wir nicht die Dreieinigkeitsfrage entschlüsselt hatten natürlich das erste Kapitel von Patriarchen und Propheten spricht über Satans Angriff auf den Sohn Gottes und das hat für mich eröffnet die wahre Bedeutung des Sabbats der Vater umarmt und hält seinen Sohn am Sabbat und bläst auf seinen Sohn und der Vater ist vollkommen in der Ruhe in den Armen seines Vaters und er vertraut nicht auf seine eigenen Werke und dann fing an das Sinn für mich zu machen warum der Sonntag so tödlich ist es ein vollkommen anderer Geist der Sonntag und die Einigkeit die sind sehr zusammen aber beide diese Lehren bekommen ihr Leben auch von der Leere der Unsterblichkeit der Seele denn auf jeden Fall im Adventismus Gott der Sohn hat sein Leben von sich selbst er hat es von niemanden bekommen Gott der Sohn ist eigentlich eine Manifestation von Satans Lüge du wirst mit Sicherheit nicht sterben weil du Leben in dir selbst hast es ist sicher dass Jesus nicht sterben würde aber das war wegen seiner Beziehung mit seinem Vater weil er verbunden war mit seinem Vater viele werden sagen der Sohn hat aber doch Leben in sich selbst und wir denken wenn wir an Leben denken oft einfach nur an Energie aber Jesus hat gesagt die Worte die ich zu euch spreche sie sind Geist und sie sind Leben die Worte die der Vater zu seinem Sohn gesprochen hat sie sind Leben und Gott hat dieses Leben in seinen Sohn hineingesprochen Das ist ein vollkommen anderes Verständnis Der Sohn Gottes lebt durch den Segen seines Vaters Er braucht den Segen seines Vaters Könnt ihr begreifen was für eine große Idee das ist dass der Sohn emotional abhängig ist von seinem Vater aber das hat mit der Lehre der Dreieinigkeit nichts zu tun Gott der Sohn ist vollständig unabhängig er hat überhaupt kein Bedürfnis nach irgendetwas weil alles ja in ihm selbst ist und wenn du diese Vorstellung diese Idee anschaust was wird mit dir geschehen du wirst dann denken dass auch alles von dir selbst kommt es ist durch die Lehre der Dreieinigkeit ist es okay wenn wir darüber heute Abend sprechen oder ist es euch zu viel ich habe mir gedacht der deutsche Geist der kann damit umgehen durch die Lehre der Dreieinigkeit Gott der Sohn bei dem alles aus ihm selbst kommt dass auch die Adventisten eine Art von Unsterblichkeit der Seele haben einen bestimmten Typus ich konnte nicht verstehen wie Adventisten dass die in so viele Irrtümer von Babylon hineinfallen ohne dass sie an die Unsterblichkeit der Seele glauben aber die Lehre der Dreieinigkeit erschafft eine Brücke für die Adventisten dass es den Wein Babylons viel schneller trinken kann ein wesentlicher Schritt ist schon gemacht dass die Beziehung zwischen Vater und Sohn auch Philosophen nicht auf der Karte das ist der große ja der Shift der Adventismus sagt die Liebe ist Phileo das heißt gegenseitiger Respekt in der Gottheit anstatt Agape Agape bedeutet das völlige Empfangen von allem aber wie ich den Papst Benedikt in diesem Buch hier zitiert habe er sagt Gott ist Eros Philos geht auf Unabhängigkeit Philos in sich selbst ist Unabhängigkeit da gibt es keine Abhängigkeit Vater und Sohn sind unabhängig ja der Sohn hat das Leben auf sich selbst ja Son ist alive in ihm selbst ja die Bibel sagt dass Gott Philos für seinen Sohn hat aber diese Gemeinschaft die ankert sich in ihrer Agape Agape ist die Quelle und Philos ist der Kanal Judas hatte Philos für Jesus als er ihn geküsst hat da wird das Wort Philos benutzt aber die Quelle seiner Liebe war Eros sein Wunsch nach Macht so ja das ist eine interessante Diskussion so der nächste Teil in diesem Pentagon hat zu tun mit dem Gesetz weil Satan sagt weil Satan sagt wegen dieser Lehre dass du die Unsterblichkeit der Seele besitzt er sagt niedrige Arten von Wesen die brauchen Gesetze aber wir wissen wie wir uns selber leiten können wir brauchen kein Gesetz das über uns herrscht oder uns regelt also die Lehre der Unsterblichkeit der Seele greift das Gesetz an und eine der Arten wie Christen diesem Argument folgen die sagen Jesus lebt ja in mir ich brauche jetzt kein Gesetz mehr Christ ist ja das Gesetz in mir ich brauche kein anderes Gesetz es ist genau dasselbe Muster des Denkens wie die Unsterblichkeit der Seele das Gesetz wird immer gebraucht von denen denen klar ist dass ihr Leben von Gott kommt und noch einmal in diesem Buch spreche ich darüber sehr detailliert wenn du weißt dass jeder Atemzug den du tust zu dir kommt weil Gott es dir gibt dann ist das Gesetz dazu da dieses Leben das zu dir kommt zu beschützen in Sprüche 13 heißt es dass das Gesetz der Weisen eine Quelle des Lebens ist die 10 Gebote sind 10 Verheißungen aber wenn du Leben in dir selbst hast dann sind die 10 Gebote 10 Gebote mach es tu es das verändert sich vollständig wenn du an die Lüge des Lebens in dir selbst glaubst dann wirst du in den alten in den alten Bund hinein gezwungen die Lehre der Dreieinigkeit wird dich immer im alten Bund lassen da müsst ihr drüber nachdenken du kannst nicht in den neuen Bund kommen und an die Dreieinigkeit glauben es ist nicht möglich können wir das ein bisschen besser lehrer erklären können wir es erklären das wird so nicht beschreiben weil die Lehre der Dreieinigkeit die lehrt einen Sohn Gottes der seine eigene Lebensquelle hat alles kommt von ihm selbst und indem du diesen Sohn anschaust dann wirst du auch so werden und du wirst nach einer Quelle zum Überwinden in dir selbst schauen du wirst eingeschlossen in ein System der Werke durch die Unabhängigkeit des Sohnes vom Vater ist der Sohn auch nicht an das Gesetz gebunden und darf töten genau er ist nicht gebunden an das Gesetz seines Vaters er ist vollständig unabhängig Leute sagen zu mir du kannst das nicht so sagen du sagst Leute die an die Dreieinigkeit glauben können nicht versiegelt werden die Zahl der 144.000 die wird gemacht die ist dafür da damit sie das Siegel Gottes empfangen und für diejenigen unter euch die diese Botschaft studieren es muss euch klar werden dass das was wir hier studieren und was wir sehen ist eine vollkommene Revolution des Denkens wir wissen dass das was wir vorher geglaubt haben uns nicht rettet wir sind immer dabei wir scheitern und wir scheitern und wir scheitern und wir versagen und versagen und deswegen wissen wir es funktioniert nicht ein praktisches Beispiel ich habe den Sport geliebt ich habe die drei Elemente der unheiligen Dreieinigkeit geliebt Fußball, Cricket und Tennis ich habe diese Sportarten geliebt ich habe versucht davon frei zu kommen ich habe es gesetzlich versucht ich habe das Kabel des Fernsehens aus der Wand gezogen aber ein paar Jahre später habe ich es dann doch wieder in die Wand gestellt ich konnte nicht wirklich davon frei werden aber als ich in eine Beziehung kam mit dem eingeborenen Sohn dann wurde die Macht dieser Dinge schwächer und sie wurde immer geringer ich war nicht mehr so interessiert an diesen Dingen und ich musste mir nicht mit den Zehen knirschen deswegen es war auf einmal nicht mehr schwer immer noch muss ich Entscheidungen treffen bestimmte Dinge nicht zu tun aber diese Entscheidungen sind jetzt viel leichter weil die Lehre von Gott dem Sohn der seine Macht demonstriert hat eine wunderbare Beziehung zum Sport wo du deine Macht demonstrierst das war für mich ein ganz praktisches Beispiel die Liebe zum Sport ist die Liebe der Dominanz und wenn du diese Liebe des Dominierens in dir hast dann kannst du das Siegel Gottes nicht empfangen es ist nicht möglich das Gesetz Gottes ist natürlich direkt verbunden mit dem ewigen Bund weil durch diesen ewigen Bund dadurch wird das Gesetz in unsere Herzen geschrieben Hebräer 8 Vers 10 und da jetzt kommt die Botschaft von 1888 hinein dass man die zwei Bündnisse ansieht als zwei Erfahrungen des Herzens in seiner einfachsten Form der alte Bund ist der alte Mensch der alte Bund ist Leben in dir selbst der alte Bund ist Gott der Sohn all diese Dinge gehören zusammen wir mussten ein korrektes Verständnis der zwei Bündnisse bekommen und das war der Zweck eigentlich der Botschaft von 1888 wenn wir diese Botschaft angenommen hätten dann wäre es uns möglich gewesen dass wir bis zur Spitze zum Gipfel dieses Pentagons gekommen wären und wir hätten den wahren Charakter Gottes verstanden und das Werk hat schon angefangen stattzufinden 1897 hat ein adventistischer Pastor und das ist George Fifield er hat ein Buch geschrieben Gott ist die Liebe und er begann in diese Richtung zu gehen in diesem Buch über den liebevollen Charakter Gottes ich habe es auf meiner Website es ist erstaunlich was er über die Versöhnung sagt aber weil er nicht all diese Teile hatte am Ende des Buches konnte er nicht ganz bis zum Gipfel kommen aber es war ein unglaublicher Schritt vorwärts aber dann ist alles wieder es war weg einfach und wir sind wieder zurück in den alten Bund gegangen und 120 Jahre sind wir in der Wüste gewandelt und jetzt jetzt kommt die Botschaft ein zweites Mal damit wir das Siegel Gottes empfangen in diesen fünf Lehren sehe ich eigentlich die Hauptstruktur die Hauptstruktur dessen dass die Leute daran hindert das Siegel Gottes zu empfangen und ich bin unserem Vater so dankbar als ich versucht habe all diese Teile zusammenzubringen und ich habe versucht sie auf eine Weise zusammenzubringen dass alle diese wichtigen Informationen zusammenpassen in einer Art und Weise die logisch ist und die Sinn macht einige dieser Informationen vielleicht die meisten dieser Informationen Leute schauen hin und sagen ach du liebe Zeit warum muss ich mir dann das alles anschauen aber das ist was du tun musst wenn du eine Reformation in Gang bringen möchtest es muss den Geist befriedigen und dann eine Reaktion im Herzen bewirken und wir schauen auf die Motorteile dieser Botschaft und ja einige dieser Teile sind sehr konzentriert aber ich spürte ich musste das so tun damit die Hauptteile zusammenpassen und jetzt können wir sie runterbrechen und einfacher machen und einiges dieses Werkes ist bereits getan aber es ist noch viel mehr was getan werden muss ich möchte ein Buch schreiben das heißt dem Pentagon der Lügen entkommen und es wird ein Gleichnis sein so ähnlich wie das Buch die Pilgerreise es ist die Geschichte von einem Mann und seiner Familie die einer Stadt entkommen wollen die von fünf Säulen umringt ist und jede dieser fünf Punkte um diese Stadt herum bringt ein elektromagnetisches Feld oder zusammen gibt es ein elektromagnetisches Feld und durch dieses elektromagnetische Feld werden die Leute in dieser Stadt gefangen sind darin gefangen und können nicht entkommen und ich habe entschieden diese Stadt Konstanz zu nennen aus verschiedenen Gründen weil Konstanz bedeutet die beständige Rebellion gegen Gott es ist aber auch die Stadt in Deutschland das diese Statue hat von der Prostituierten die den Papst und den König trägt und wir müssen dieser Stadt entkommen aber ja das Design dieser City der Plan dieser Stadt die basiert auf der Stadt New York und die Geschichte fängt an mit diesem Fallen der Zweitürmer und die Art und Weise wie der Mann und seine Familie dieser Stadt entkommen sie müssen den Schlüssel finden um dieses elektromagnetische Feld runterzuschrauben und der Schlüssel für jeden dieser Punkte ist das göttliche Muster das ist das Buch das ich schreiben will mit nicht so viel Theologie einfach eine Geschichte und ich versuche darin zu erklären wie wir diesem System entkommen können ich weiß noch nicht wie lange es dauert es zu schreiben vielleicht soll ich noch ein bisschen warten weil meine Übersetzer erschöpft sind das ist kein guter Grund zu warten so erschöpft sind wir gar nicht ich hoffe dass euch das jetzt ein bisschen geholfen hat in dem wir verschiedene Aspekte dieser Botschaft angeschaut haben ich möchte noch einige andere Sachen mit euch teilen bevor ich euch verlasse oder bevor wir uns trennen und das bezieht sich auf den Wiederaufbau des geistlichen Tempels Paulus sagt dass wir alle der Teil eines Tempels sein werden und dass wir Pfeiler werden sollen in dem Tempel seines Gottes wir sehen was wir morgen schaffen können wir sind alle ein bisschen müde lasst uns beten unser himmlischer Vater wir danken dir dass du uns einen Weg des Entkommens vorbereitet hast damit du uns aus diesem System der Werke befreien kannst in deine Arme der Liebe danke dass du uns einen Weg gezeigt dass wir wir all diese Teile zusammenbringen können in einer Art und Weise die Sinn macht und alles basiert auf der Beziehung zwischen Vater und Sohn das gibt mir wahrlich Freude Freude in meinem Geist und zu wissen dass du wirklich Liebe bist und ich bete dass meine Brüder und Schwestern hier dass sie diese Dinge lesen und studieren dass du ihnen Zeugnis gibst ob das wirklich der vierte Engel ist der die Erde erleuchten wird mit seiner Herrlichkeit wir danken dir in Jesu Namen Amen z dass ich es gab Untertitelung des ZDF, 2020